Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Parkieren in der Stadt Bern In diesem Video erhalten Sie Informationen über das Parkieren in der Stadt Bern. Online-Stadtpläne für Parkhäuser und Parkplätze In der Stadt Bern gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Parkieren. Es gibt mehrere Parkhäuser. Eine Übersicht ist online zu finden. Sie finden den Link zu dieser Übersicht unter diesem Video. Behindertenparkplätze, Carparkplätze und Parkplätze für Motorräder gibt es viele in der Innenstadt. Eine Übersicht ist online zu finden. Sie finden auch diesen Link unter diesem Video. Innenstadt und Altstadt In den Hauptgassen und auf den Plätzen in der oberen Altstadt gibt es keine öffentlichen Parkplätze. Die untere Altstadt ist eine Begegnungszone. Hier gelten besondere Regeln für das Parkieren und das Ein- und Ausladen von Waren oder Personen. Wir empfehlen Ihnen das Parkieren in den Parkhäusern. Parkkarten Mit einer Parkkarte dürfen Sie Ihr Fahrzeug so lange parkieren, wie Sie möchten. Es gibt verschiedene Parkkarten, solche für Besucherinnen und Besucher und solche für Anwohnende in den Quartieren. In den folgenden Videos erhalten Sie dazu mehr Informationen. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Sie finden unsere Öffnungszeiten sowie unsere Telefonnummer in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.